Herzlich Willkommen hier zur weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir haben jetzt das Stroh gewartet und der ist fertig. Jetzt fahren wir gleich zur Richtung Feldnumro ist fertig. Feldnumro 24 Ja, nächstes machen wir gleich. Schön sauber gearbeitet soweit. Dann können wir gleich hinterher den Rest pressen. Ich war an einem anderen Bein drei Folgen ein bisschen zu laut. Ich werde jetzt entschuldigen. Ich hoffe ich bin nicht zu leise. Das ist ein verficktes System mit dem Ton mal das Mikroformat weg ist sowieso leise und wenn es umgekehrt zu laut. Ja, auch von der Einstellung her war ein bisschen zu laut gewesen. Ich gebe zu. Nein Fehler. Aber ich habe es erst nach der dritten Folge geprüft. Oh, schlecht. Ja gut, aber ich denke mal das kann man noch vertraften. Besser als wenn man zu leise ist. Ja, gut. Ich hoffe, dass man sich verzeihen kann. Wenn drei Folgen deswegen wegwerfen wollte ich auch nicht. Wolle Rest ja passt, ne. Ja, jetzt warten wir noch fix. Feldnumro 24, guckt gerade. Und dann werden wir weiter sehen, dass wir Feldnumro 54 beginnen, ne. Ich denke mal, ob das hier vorne noch wächst, weiß ich nicht. Ich denke mal, das ist mir jetzt egal. Äh, löschen. Weil, darauf können wir nicht warten. Wir gehen noch Feld rein, das ist richtig. Dann mal 24. Dann mal 24. 14,8 was gewesen. Also gut. Das ist nicht praktisch. Tragisch, sag mal so, ne. Dann wollen wir doch den Drescher wegfahren. Oh, oh. Dann hier hat der Helfer gefahren, aber ein bisschen sehen, dass wir für das Ballenpressen da entsprechend eine Lösung schaffen. Gut ist leer. Dann nochmal ganz kurz. Auf. Räder raus. Und wieder runter. Und ausklicken. Das Rohr kann rein, da brauchen wir es nicht mehr. Wüste. Ja, dann machen wir schon fast am Samstag alle Folgen für nächste Woche. Mit Marsch und Thüringen. So, runtergefahren haben wir auch gleich. Da fahren wir dann später weg. Beziehungslos lassen wir. Der nimmt den anderen und machen da die Ballenpressen, ne. Die Ballen müssen ja auch noch zurück zum Hof. Zum Glück ist hier kein Regen angesagt. Wohl wir an die Regen bräuchten hier. Wir haben ja ziemlich trocken. So, wann das Winterbissen was kommt. Hau dir nicht so Schnee. Wollen wir nur noch bisschen gucken, dass wir da Maschinen vom Winter bekriegen hier. Unsere Kühe müssen ja versorgt werden. Der Rest kann ja, ja, Promotion so auch laufen, ne. So, gleich hier wird hier beginnen. Hier machen wir gleich mal einen Choroskop hier. Wen? Halt. Jetzt ist der. Ja. Ersten Milchpunkt. Gut. Dann können wir uns jetzt um das Strom kümmern. Nicht für die Bahnen. Die Strohballen. Strohs an hier auch, ne. So, fahren wir nicht da ran. Ein paar Ballen haben wir zu liegen hier, ne. Ja, das wäre heute Folge 4. Ich möchte aber noch weitere 3 aufnehmen. Dann kann ich mich noch damit beschäftigen, bearbeiten und hochladen. Hochladen muss sowieso. Viele folgen, aber bearbeiten muss ja auch noch gemacht werden. Aber das geht schon. Das mache ich. Das kann man Sonntag, Vormittag machen. So ein bisschen nebenbei. Spielen fahren wir das ein bisschen ungünstig. Nebenbei kochen und so. Das ist mir schlecht. Beim Bearbeiten kann man ab und zu mal abhauen. So, was ist da für ein Problem? Das ist typisch. Großes Feld und da treffen sich zwei. Ah, wirklich ein großes Feld. Anführungszeichen, ne. Normalerweise stehen sie nicht im Weg. Boah. Sie sind wieder hier. Und auf Null gehen. Junge. Kann nichts werden. Neuer Versuch. Wie gesagt, das ganze Zeug wird hier verschwinden. Weil wir ein bisschen missfektig herfahren. Hier hatte ich bei der Warnung da nur. Jetzt nicht ganz mittig, ne. Mal gucken hier. Mal gucken hier. Und jetzt hat der andere Feld besser geklappt. Ein Auge. Ne. Kann noch ein bisschen nach links. Ne, rechts. So, auch links. so nun wird es passend wenn wir genug Stroh haben, dann schenken wir mal auch nichts so ja, so kommen wir von der Arbeit ab aber mein Fehler ist ja meistens so also der Fehler meistens vom Bildschirm und nicht das Programm aber die Programme sind ja auch manchmal nicht so einfach seit letzter Zeit habe ich immer öfter wieder Synchronprobleme mit OBS ich weiß nicht, wo er liegt ich habe schon viel getestet früher habe ich nichts gemacht lief perfekt und jetzt wo ich mal optimieren will geht das schief das scheint mir der Ton zu leise sein Maschinen, ne? und weiß nicht genau, ob auch der Ton der Gato leise ist ich kann täuschen habe ich gespeichert aber sie entladen muss gleich mal testen so, okay der nächste Schwung Stroh für unser Lager ja, wir innen gehen mal muss sehen, dass wir heute Nachmittag das fällt mir mal 54-Begin das ist ja auch fertig mitpressen und jetzt relativ wenig Verlust, das geht ja, wer euch wundert im Fat Action LKW oder die Karte von Fat Action ich spiele da selber auch und ich habe mir dafür entschieden damals, anfangs bei einer der ersten Modkarten, die rauskamen in Spielwaren Modus wo ich sagen muss hier ist immer ein regeres fortentwickelnden Sicht also produktionmäßig fruchtemäßig kann ich mir was Neues und hier werden auch Fehler behoben wenn wir auftreten fortlaufend da ja alle im Prinzip die Fehler melden und wenn er das entsprechend geprüft hat werden die Fehler wenn das machbar ist gelöst wenn es an der Karte liegen sollte ist es ein naja Problem außerhalb der Karte ist auch eher machtlos aber ansonsten die überwiegenden läuft es hier federfrei Ursache ist meistens ein Motto oder so das ist meistens die Karte nicht unbedingt und rein mit der Stroh wird voll und so sehen wir die Stroh zum Schnose kriegen oder naja die Futterstation macht ja auch Ball ne hab Lose muss ich halt für die Kühe lassen ich hab ja noch los im Lager ich hab noch zwei Wiesen da und viel Arbeit lass ich doch wachsen eine Stufe mehr dann ist man auch kurz ok wahrscheinlich zu Heu genug Heu aber kann man nicht genug haben ne mal sehen dass ich nie es muss ich eigentlich da wo es Getreide drauf ist auch eine Wiese machen wieder also dass man wie der Prinzip Heu hat wir werden nicht weniger haben wir oben lang so was ist die Uhrzeit fast soweit aber auch nicht ganz ich möchte ja die Folge nicht so lange machen das ist ja immer so dieser blöde Algorithmus von YouTube immer bin ja im Prinzip als Kleiner angewiesen auf Vorschläge auf der großen Karte kann man sagen und ich hab so mitbekommen wenn die Videos viel geschaut werden also relativ lange dann wirst du auch mehr vorgeschlagen das heißt da kann man öfter mal jemanden treffen der auch mal schauen möchte als wenn man jetzt theoretisch ja zu lange Folgen macht die werden nur kurz geschaut das wirkt sie dann schlecht in der prozialen Entwicklung aus also ob das so stimmt das weiß ich nicht das ist nur Spekulation also rückt ja keiner mit raus aber ich glaube ich so ist das glaube ich sobald also ich hab gemerkt nach dem Livestream ich hab ja hier meine zwei, drei Stammzuschauer die relativ lange zuschauen also im Prinzip durchgehend wo ein dickes Danke rausgeht für und jeweils da merke ich auch schon am Sonntag und am Samstag dass da die Klickraten höher ist und auch die die Anzahl an und vorgeschlagenen vorgeschlagen wird ist dann höher das meine Einschätzung dazu ist also aktuell ist das glaube ich so deswegen versuche ich mit die kurzen Folgen auch in der Woche das hinzukriegen so die Schauer genau jetzt Zeit um sagen wir tschüss und tschau tschau und nochmal schönen Dank fürs reinschauen wenn es euch Freude macht mir macht es auch Freude wenn es das Spiel immer Freude ich spiele zu lange gerne ich habe irgendwann gesagt Mensch wenn du sowieso spielst kannst du auch entsprechend aufnehmen und andere die es gerne zuschauen machen sie dann halt nochmal tschüss und danke bis morgen tschüss halt da ist der Knopf